Das Hormonsystem Das Hormonsystem und das Nervensystem Dabei erfolgt die Steuerung blitzschnell verlaufender Aktionen, wie beispielsweise der Reflexe, durch das Nervensystem Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von 3 bis 10 Minuten Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne Untertitelung des ZDF, 2020